Norddeutscher Rundfunk 2021 So, sie kann nicht, sie muss spielen. Nee, ich spiel nicht. Doch. Ich spiel nicht mit dir. Warum nicht? Weil du immer gewinnst. Nein, pass auf. Es ist ein anderes Spiel. Zwei Kandidaten, ein Moderator, eine Aufgabe und die Chance auf Summe X. Das ist ein unmoralisches Angebot. Und wer zuerst sagt, ich mache es, der muss es auch machen. Ja, okay. Okay. Sehr gut. Dann sehen wir uns gleich wieder auf der Spielwiese. So, hier haben wir die Jill und hier haben wir die Juliane. Und mein unmoralisches Angebot heute lautet... Wer trinkt nacheinander fünf rohe Eier? Aus der Schale? Nein, aus einem Glas. Wir sind schon... So gnädig sind wir schon. Das sind aber auch frische Eier. Also braucht euch keine Sorgen machen. Gut. Wir fangen mit 10 Euro an. 20. 30. 40 Euro. 50 Euro. 60 Euro. 70 Euro. 80 Euro. 80 Euro. 90 Euro. Ich mache es. Du machst es für 90 Euro? Ja. Okay. Juliane, willst du zugucken bei den Delikatöfen? Wir können ja dann teilen. So, und ich zeige dir jetzt einfach nochmal, wie hoch wir gegangen wären für diese Aktion. 500 Euro. Oh nein! 500 Euro. Der Mischko schlägt dir das Ei jetzt auf. Oh, nett. Danke. Fangen wir mit dem ersten an. Hast du das schon mal gemacht? Es soll ja gesund sein. Ja, jeden Morgen. Ja. Prost! Zittert jetzt schon ein bisschen. Das ist wegen den Kameras. Ach so. Ei Nummer zwei. Lecker. Okay. Schmeckt wie Cola. Oder so. Nummer drei. Ich glaube, wenn man es einmal irgendwie überstanden hat, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, oder? Aber zumindest sieht es nicht, du hast keinen Spaß daran. So sieht es zumindest aus. Spaß? Ja, schüttel doch mal ruhig. Okay, ne? Der dritte. Immer so ekelhaft ist das gar nicht. Nein, natürlich nicht. Nummer vier. Baa. Und das letzte. Baa. Boah. Ich werde die nächsten fünf Jahre kein Ei mehr essen. Das letzte. Baa. Ja, halte bitte. Mal das Mikro. Applaus für Jill. Eins, zwei, drei. Bitteschön. 90 Euro. Viel Spaß damit. Ja, danke schön. Bis zum.